Setz sie bequem hin und schließe Deine Augen. Richte bitte Deinen inneren Blick auf den Bereich Deines Herzens und spüre, wie Dein Herz schlägt. Spüre, wie Entspannung und Wärme mit Deinem Blutstrom durch Deinen Körper fließen. Und jetzt richte bitte Deinen inneren Blick auf den Bereich Deiner Füße und spüre, wie Deine Füße vollständig entspannt sind. Sie sind mit angenehmer Wärme und Ruhe gefühlt und einer Welle, der Entspannung beginnt, aufzusteigen. Sie strömt zu den Knöcheln, den Knien, zu den Hüften, den Gesäßmuskeln und zum unteren Bauchbereich. Die Entspannung umarmt Deine Talie und erfüllt Deinen Bauch. Sie strebt zur Brust und erfüllt sie. Die Entspannung erreicht Deine Schultern. Geht die Unterarme herunter zu den Ellenbogen und Handgelenken, den Handflächen und Fingerspitzen. Die Entspannung steigt entlang Deines Nagels auf, umfasst den Hinterkopf, entspannt Deinen Kinn, die Lippen, die Lippen und die Wangen, die Nase und die Augen lindern. Glättet Deine Stirn und schließt sich auf den Scheitel. Dein Körper ist vollständig entspannt und bereit für die Meditation. Und jetzt werden wir dreimal ganz bewusst ein- und ausatmen. Wir atmen tief ein, halten den Atem ein und atmen bewusst langsam aus. Noch mal tief einatmen, halten und ausatmen. Und jetzt richte bitte Deinen inneren Blick auf den Bereich Deines spirituellen Herzens. Ich beginne meine Meditation und mache eine feine Absicht, dass göttliches Licht in meinem spirituellen Herzen gegenwärtig ist und meine gesamte Aufmerksamkeit anzieht. Und mir gegenüber befindet sich mein göttlicher Meister, mein höheres Ich, der mir göttliche Gnade von Herz zu Herz überträgt. Bitte bleibe mit geschlossenen Augen bis ich fertig sage. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020